Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Heute ist Donnerstag, der 11. März 2021 und mein Duft des Tages ist heute auch seit langer Zeit mal wieder der Federico Mahora Pure Royal. Er ist ein Dupe vom Tom Ford Wood und ich muss sagen, er kommt dem Original eigentlich auch schon ganz gut nahe. Hat allerdings noch so eine kleine Eigennote, was ich besonders recht spannend finde. Vielleicht nicht ganz so herb, nicht ganz so trocken. Der ist etwas vielleicht, ist es ja immer subjektives Empfinden, muss ich sagen, vielleicht eine kleine Süße oder so, aber jetzt nicht vanillig oder gourmandartig. Er geht schon in eine herbe, maskuline, ja tiefere, hölzerne Note, aber nicht ganz so trocken, wie ich finde, wie der Tom Ford. Also wenn ihr mal eine gute Alternative zu dem hochpreisigen Tom Ford Wood sucht, schaut mal bei Federico Mahora vorbei und das ist der Pure Royal. Ja, das soll es auch schon wieder von mir für euch für heute gewesen sein. Was ist dein Duft des Tages? Schreib es mir wie immer unten in die Kommentare. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als Danke fürs Einschalten und bis spätestens morgen. Habt einen entspannten Tag. Beste Grüße, euer TK.